Harry, kannst du etwas in Deutschland sagen, über den Traum von Wembley? Sag etwas in Deutschland? Nein, es wird kommen. Im Intro hast du Harry Kane gehört, er ist natürlich wirklich super, super happy, sein Traum nach Wembley zu kommen und dort die Champions League zu gewinnen und das wäre der einzige mögliche Titel, der ist weiter vorhanden. Und Tobi und ich, wir haben Harry gesprochen, denn wir waren beim Spiel. Tobi, Arsenal Bayern, würdest du jetzt sagen, war ein Top-Spiel? Servus, Falki. Wir haben uns in der ersten Halbzeit, glaube ich, angeschaut und beide gesagt, wir sind mit ein bisschen mehr Erwartungen in dieses Spiel reingegangen. Es hätte mehr Action sein können, aber im Endeffekt, also Herbert Heiner hat dann gesagt, es war eine taktische Meisterleistung von Thomas Tuchel. Der Plan war vielleicht genauso, abwarten, am Ende gewinnen und es war jetzt kein Spiel wie am Tag zuvor, Dortmund gegen Atletico, aber Bayern ist weiter und das ist das Wichtigste. Ich fand die Idee von Tuchel gegen Saka mit Masraoui und Guerreiro zu spielen ein bisschen zu defensiv. Ich hätte mir mehr Bayern, mir mehr Selbstbewusstsein gewünscht, Thomas Müller in der Startelf und ich habe mich dann wirklich gefragt, muss man immer nörgeln, ist man das? Und dann, wir kommen gerade vor dem Termin mit Philipp Lahm, haben wir uns mit ihm, Tobi, auch über das Spiel unterhalten und ich finde, er war da eigentlich schon unserer Meinung. Ja, aber er hat natürlich auch Dinge gelobt, muss man sagen, also dass es ihm wichtig ist, dass sich eine Mannschaft endlich findet, Abläufe kennt und dass die Abwehr endlich die gleiche Formation immer ist. Also Dyer, De Ligt, Neuer, davor Goretzka zuletzt immer, hinten rechts Kimmich, also das war ihm wichtig. Er hat gesagt, da sind sie gut gestandener gegen Arsenal, aber er hat uns dann schon auch recht gegeben, nach vorn so das letzte Feuer, die letzte Entschlossenheit, diese Spielfreude, für die der FC Bayern einmal steht, die hat auch eher ein bisschen in so einem Spiel vermisst. Aber nochmal, am Ende steht das Ergebnis und Bayern ist weitergekommen und Chelsea ist mit Tuchel Champions League-Serie geboren, obwohl sie keinen schönen Fußball gespielt haben. Aber ich glaube, den Bayern-Fans wäre es am Ende richtig wurscht, wie das Ganze zustande kommt. Ja, das werden wir unterschreiben und wir sind auch super, super happy. Tobi, wer fährt jetzt zum Champions League-Halbfinale von uns beiden? Du fährst hin, auch wenn du in den sauren Apfel beißen musst und nach Madrid musst und nicht nach Manchester kannst, wir haben ja drüber gesprochen. Ja, das war wirklich sehr, sehr kurios, wir kommen da runter und es ist noch Verlängerung. Wir stehen in der Mixer und denken uns tatsächlich, hoffentlich sind die Spieler wie wir, hoffentlich bleiben sie in der Kabine und schauen sie sich das Spiel selber an, das Elfmeterschießen, wir waren noch mitten in der Verlängerung, haben wir auch noch komplett gesehen und kommen nicht raus, weil dann müssen wir Interviews führen, dann müssen wir abbrechen und können es nicht sehen. Aber die Spieler haben lange ausgehalten. Ja, die Spieler haben sehr lange ausgehalten. Herbert Heiner, der kam recht früh, hat die präsidiale Bilanz zu diesem Viertelfinale gezogen. Jan-Christian Dresen kam und am Ende des Gesprächs habe ich nur zu ihm gesagt, und jetzt Elfmeterschießen. Und er hat erst gelacht und dann gesehen, dass tatsächlich er gesprochen hat und aufgehört hat, als genau das Elfmeterschießen losging. Und dann kam als erster Spieler Joshua Kimmich. Ja, wir stehen da, fasziniert vom Elfmeterschießen und dann kommt Jo Kimmich. Und der hat es anscheinend gar nicht so realisiert, was da oben am Fernseher abgeht. Und der hat es dann mehr oder weniger von uns erfahren, wer der Gegner ist. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen und da hören wir jetzt mal rein. Jo, du warst hier bei uns, hast nicht das Elfmeterschießen geschaut. Warum? Weil ich ja nicht schießen muss. Also ich kann es eh nicht beeinflussen. Ihr habt es mir ja gerade gesagt, wer gewonnen hat. Und bist du mit dem Los zufrieden? Ja, ich glaube, ob City oder Real sind beides sehr, sehr starke Teams. Dementsprechend ist jetzt, keins der beiden Teams wären frei los gewesen, würde ich mal sagen. Du hast Bayern ins Halbfinale gebracht. Verrate uns mal, seit wann bist du ein Kopfballungeheuer? Ich war es mal, würde ich sagen. Oder nicht ein Kopfballungeheuer. Aber ich habe mal, ich glaube bei Carlo oder so in der Saison, habe ich glaube ich drei Kopfballtore gemacht. Habe bisher meine Kopfballstärke verloren. Heute habe ich sie zum Glück nochmal aufblitzen lassen. Wie groß ist jetzt der Traum von Wembley? Zum einen natürlich sehr groß. Zum anderen wissen wir, dass wir zwei sehr, sehr schwierige Halbfinals haben. Aber heute freuen wir uns erstmal über den Halbfinaleinzug. Dann konzentrieren wir uns auf die Bundesliga. Dann haben wir die beiden Champions-League-Spiele. Und dann schauen wir, ob es nach Wembley geht. Letzte Frage von mir. Dortmund gegen Bayern. Wäre das ein Wunschfinale, weil es ein deutsches wäre? Oder würdest du sagen, eher eines, das man aus Bayerns Sicht nicht will? Gut, wenn wir ins Finale gehen, hatten wir beide schon mal im Finale. Aber so ein deutsches Finale wäre natürlich ein Träumchen. Danke. Ja Tobi, man muss sagen, wir haben tatsächlich ein bisschen zur Real Madrid gehalten. Nicht nur wegen Toni Kroos, sondern eigentlich, es ist das Leichtere los. Ja, also auf dem Papier irgendwie schon. City, diese Übermacht. Pep Guardiola, City, letztes Jahr die Erinnerungen. Und bei Real ist halt so eine Wundertüte. Und da glauben wir irgendwie, vielleicht aus Bayerns Sicht, vielleicht geht dann doch nochmal mehr. Also die sind an einem Tag top, am anderen Mal wieder so ein bisschen durchschnittlicher. Es könnte mehr gehen. Ja und das deutsche Finale. Also wir waren zusammen 2013 in Wembley. Wir haben schon davon gesprochen, jetzt wieder hinzukommen. Es wäre kurios, weil 2013, da waren die Mannschaften auf ihrem absoluten High-End-Level Bayern unter Jupp Heynckes. Willst du damit sagen, dass Dortmund und Bayern momentan kein High-Level hat? Ja, den Ball wollte ich gerade an dich abgeben. Also jetzt bei Dortmund eine schwierige Saison. Terzic immer wieder in der Kritik. Und ja, jetzt wäre es irgendwie komisch, wenn es dazu käme. Wir würden es natürlich sehr gerne nehmen. Ja, wäre sensationell, ich muss sagen. Die Dortmunder, die haben mit Paris ein Los, das sie in der Vorrunde eigentlich schon sehr, sehr gut bearbeitet haben. Und die Bayern gegen Real, du sagst es, da geht was. Und ich glaube, da geht wirklich was. Also die Spiele gegen Leipzig, da muss man sagen, da war Leipzig eigentlich in beiden Spielen besser. Aber da fehlte einfach diese Erfahrung, diese Kaltschnäuzigkeit und diese Qualität, das wirklich dann den Deckel drauf zu machen. Und diese Qualität, muss man sagen, das ist eigentlich das, was die Bayern in dieser Saison unter Beweis gestellt haben, dass sie das machen können, spielerisch. Naja, aber wenn es dann sein muss in der Champions League, da waren sie da. Ja, und das war auch so in der Halbzeitpause ein bisschen der Moment, da kann man ein bisschen Mäuschen spielen. Also es war dann schon so, die erste Halbzeit, wir haben gerade darüber gesprochen, war sehr verhalten. Und dann hat auch Tuchel den Befehl gegeben, traut euch mehr zu, macht mehr, mehr Aktivität, lasst den Ball mehr zirkulieren. Die sind gar nicht so gut und wir können es wirklich schaffen. Und dann ist es nicht mehr weit. Also dieser Geist entstand, glaube ich, schon ein bisschen jetzt bei dem Spiel gegen Arsenal. Und natürlich ein wichtiger Faktor, Leroy Sané, um den die Bayern-Fans jetzt ein bisschen zittern müssen. Ja, Leroy Sané haben wir auf der Tribüne lange diskutiert, was er für den Notekrieg. Es gab Kollegen, die ihn nicht so stark gesehen haben. Wir zwei haben dann gesagt und haben uns auch durchgesetzt, nein, der war wirklich auch gut. Und man darf ja nicht vergessen, der ist angeschlagen. Also er hatte wirklich einige Szenen. Er hatte natürlich auch diesen Ball mal wieder übers Tor geschossen. Also das Tor trifft er nicht. Aber das Tor, das Bayern dann gemacht hat, durch Kopfballungeheuer Kimmich, hat er eingeleitet. Er hat den Ball auf Guerreiro gespielt, der dann zu Kimmich kam. Genau, also er war an dem Tor beteiligt. Und man darf jetzt nicht vergessen, oder das wissen die meisten wahrscheinlich nicht, der hat die ganze Woche über nicht eine Trainingsanhalt gemacht. Der spielt unter größten Schmerzen. Und deswegen jetzt auch die Entscheidung der Bayern mit Leroy Sané, er wird rausgenommen. Also von Sané wird es jetzt erstmal kein Spiel mehr geben. Der muss sich schonen, weil diese Schambeinentzündung, die ist so akut. Der konnte sich nach dem Spiel nicht mehr in der Players-Lounge hinsetzen, weil er so Schmerzen hatte. Der hat sich zwar gefreut, hatte aber Schmerzen. Und der versucht jetzt, gegen Real dabei zu sein in diesen Spielen und natürlich bei der EM. Aber alles andere trainieren. Bundesligaspiele gegen Union oder gegen Frankfurt jetzt dann, das lässt das aus und das geht einfach nicht. Ja, da muss man wirklich eine Lanze für Leroy Sané brechen. Man hat ja immer das Gefühl, seine Körpersprache, und er grätscht nicht, er läuft nicht zurück. Aber er spricht halt über sowas auch nicht. Also man muss sagen, der quält sich da wirklich schon seit Längerem durch, beißt auf die Zähne und lässt es auch nicht als Ausrede gelten. Also er sagt ja nie, ja, ich bin ja angeschlagen, ich habe trotzdem gespielt, sondern der macht einfach. Und ich finde, das ist auch eine Führungsqualität, weil ich bin da immer so, Mehmet Scholl, der war nie in Effenberg, aber der ist halt immer mit Ideen, mit Leistung vorangegangen. Und so einer kann Leroy Sané in seiner Art auch werden. Mehmet wird vielleicht ein bisschen böse sein, wenn ich die zwei vergleiche, aber anders, Mehmet, anders vorangehen. Ja, und dazu passt ein Satz von Sané, den er so gesagt haben soll, intern vor dem Spiel gegen Arsenal. Er hat gesagt, zur Not spiele ich mit einem Bein. Also dieses Schmerzempfinden, ich glaube, er sieht sich selbst maximal bei 80 Prozent im Moment. Und vielleicht ist das bei den Torabschlüssen auch immer noch irgendwie im Kopf oder zu spüren, aber er probiert es einfach. Und diese Schnelligkeit, die Dynamik, die kaum vorhanden war im Spiel noch vor eine lange Zeit, die kam halt, wenn nur über Sané oder Jamal Musiala. Ja, und er wäre wichtiger denn je. Gnabry fällt aus, Coman fällt aus, also wirklich auf den Flügeln die schnellen Spieler, die brechen langsam weg. Und deshalb wäre Leroy Sané so wichtig und hat deshalb auch eine Drei bekommen von uns und keine Vier. Völlig gerechtfertigt, ja. Und schön zu sehen war auch, wie dann die ganzen, die nicht dabei sein konnten, Serge Gnabry und Zivil, Fonzie Davis, wie die gejubelt haben, mit dabei waren. Also dieses Team, du hast gerade Mehmet Scholl angesprochen, der hat mir während dem Spiel noch geschrieben, er hat gesagt, genau solche Spiele können ein Team formen und das bewirken, dass eine Mannschaft an einen großen Erfolg glaubt. Und vielleicht ist das so ein Schlüssel gewesen, okay, komm, Bundesliga, alles beschissen, aber in der Champions League, da wuppen wir das große Ding. Ich könnte jetzt sagen, dass Gnabry auch der einzige Spieler war, der schon vor dem Elfmeterschießen die Kabine verlassen hat und hochgegangen ist in die VIP-Lounge, aber das sage ich jetzt nicht. Ich sage, Kimmich hat eine Eins bekommen und Kimmich, der war nach dem Spiel wirklich sehr, sehr gelöst und er war auch kritisch und das konnte er sich auch leisten und hat da ein paar Sätze gesagt, die ein bisschen nachdenklich machen. Und auch, wenn er es verneint, ich habe da Genugtuung rausgehört. Und auch da hören wir mal rein. Genugtuung nicht. Natürlich ist es schon so, dass das Tor sehr, sehr gut tut. Ich muss mir im letzten Jahr sehr viel anhören, habe sehr, sehr wenig Rückendeckung bekommen. Am Ende beweist es wieder mal, dass sich harte Arbeit immer lohnt, dass sich am Ende auszahlt und dementsprechend bin ich schon sehr, sehr stolz, dass der Abend so heute gelaufen ist und freue mich riesig über das Tor und über den Einzug ins Halbfinale. Ich sage mal, zu meiner Person hat sich ja hin zu einem Kunden geäußert. Da war dann wenig da, der mal pro Kimmich irgendwie war. Aber dementsprechend ist es ganz schön, wenn ich selber dafür sorgen kann, dass sich die Stimmen dann wieder ändern. Dobi, man hat schon ein bisschen rausgehört, er hätte sich gewünscht, dass sich mal irgendwie ein Bayern-Boss vor ihn stellt. Ja, also die Kritik, die er anspricht, ist ja nicht nur die, die von außen gekommen ist. Viele Experten haben über ihn geurteilt. Auch wir? Auch wir. Auch wir im Gespräch mit Lothar Matthäus, erinnere ich mich gerade, der mal gesagt hat, der macht im Mittelfeld jeden, dem sich eher schlechter. Also das war schon auch eine Aussage, muss man sagen. Und er hat jetzt nicht im Mittelfeld gespielt, gehört auch dazu. Aber diese Aussage von Tuchel vor der Saison, er ist keine Holding Six, so richtig vehement aus dem Verein wurde da natürlich nicht widersprochen, verstehe ich auch irgendwo, weil dann legst du dich gleich wieder mit dem Trainer an. Aber ich glaube, er hätte sich einfach jetzt gewünscht, dass man ihn auf ein gewisses Podest hebt. Auf der anderen Seite, der Verein ist gerade am Überlegen, verlängert man mit ihm. Und wenn jetzt ein Bayern-Boss auf einmal sagt, wenn Max Eberl sich hinstellt und sagt, der Kimmich ist unser wichtigster Mann, dann sitzt natürlich der Kimmich drei Wochen später mit Eberl zusammen und sagt, weniger Geld für mich? Nee, 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 du hast gesagt, ich bin der wichtigste Mann. Also ist im Moment nicht alles so einfach. Ja, über seine Zukunft wollte er nicht sprechen, dafür, dass er sich wirklich jetzt mal klar committed hat, den Zeitpunkt genutzt. Und ich muss auch sagen, ja, das zeichnet ihn eigentlich schon aus. Man muss sagen, er hat Tuchel ins Halbfinale gebracht. Ich meine, wer die Fotos gesehen hat von Tuchel in der Kabine, es sah zeitweise aus, als hätte er sich da rein montieren lassen. Also die Mannschaft feiert hinten und er springt davor wie so, huu, ich bin da. Ja, wir haben gestern im Kreis der Kollegen noch lange überlegt, wie wir dieses Gesicht, diesen Gesichtsausdruck nennen von ihm. Wir haben dann irgendwann gesagt, das ist sein Edge-Gesicht. Also Edge zu Arsenal. Wir haben euch geschlagen, aber auch irgendwie Edge Richtung Bayern-Bosse. Ich kann es ja doch, wenn es mal um was geht. Also das war schon ein spezielles Foto. Ja, Edge auch ein bisschen gegenüber den Journalisten und den Experten. Auch ein klares Edge von Tuchel. Kollege Nicoliner hat in der Pressekonferenz nochmal angefragt, ob so eine Genugtuung für ihn ist, dieses Spiel. Und er hat die Frage vom Kollegen als scheinheilig bezeichnet. Also man merkt, er ist schon ein bisschen angepisst. Er ist angepisst und das hat uns schon ein bisschen spüren lassen in dem Gesichtsausdruck, wie er uns teilweise gegenübergetreten ist. Aber ich kann auch sagen, als er dann in der Nacht, nach dem Arsenal-Spiel an uns vorbeigegangen ist, hat er gegrinst und es war vielleicht freundlich, aber vielleicht auch ein bisschen Edge. Und vielleicht wird am Ende alles gut. Und wir haben schon Scherze gemacht. Wenn man in der Trainerfindungskommission nicht weiterkommt, vielleicht behalten sie toll doch. Haben die Scherze gemacht. Ich habe dann auch den ein oder anderen Bayern-Boss mal kurz darauf angesprochen, aber da wollten sie jetzt im On, also offiziell nichts dazu sagen, denn natürlich steht die Entscheidung, Tuchel muss gehen. Es gab, abgesehen jetzt von diesen Spielen gegen Arsenal, zu viele atmosphärische, sportliche Probleme auf allen Bereichen. Also da können auch diese Spiele nicht kaschieren, was schiefgelaufen ist. Immer noch mit dem kleinen Aber, wenn am Ende Champions-League-Sieger wird, dann sagt er wahrscheinlich, ich habe alles richtig gemacht. Ja, Champions-League-Sieger Tuchel wurde entlassen. Gab es auch schon mal bei Real Madrid, erinnere mich, Jupp Heynckes und Herper Bayern auch wieder Großes geleistet, dass er zurückkam. Also auch für Tuchel wäre dann die Tür nicht für immer zu, aber jetzt geht erstmal die Tür für jemand anderen auf. Neues von der Säbener Straße. Tobi, es war schon eine kuriose Situation, wir reden gerade über den Einzug ins Champions-League-Halbfinale, wir haben gerade ein Elfmeterschießen von Real gegen City gesehen, als Pep verloren hat und dann platzt eine Meldung rein, die wieder voll in die Trainersuche der Bayern geht und die Konstellation, die war schon ziemlich strange, weil der Agent von Julian Nagelsmann, der hat in einem Podcast gesprochen und wer finanziert den Podcast? Genau die Firma des Agenten und der Journalist, der drin sitzt, Sebastian Hellmann, wird quasi auch von Sports360 bezahlt, also es war mehr als bezahlte Werbung, wie würde man das nennen? Es war wahrscheinlich eine Art von Image-Kampagne intern, kam natürlich zu einem Zeitpunkt raus, wo man vielleicht meinen könnte, die Karten sollen nochmal verbessert werden im Poker von Julian Nagelsmann. Und es war schon ein bisschen strange, weil wir stehen gerade in der Mixed Zone, es geht ums Halbfinale der Champions League und dann kommen Aussagen des Spielerberaters, die am nächsten Tag im Podcast von ihm selbst erscheinen und mit diesen Aussagen werden dann die Bosse der Bayern konfrontiert. Nichts, was es nicht gibt. Ja, aber die Aussage an sich, die steht dennoch, egal woher sie kommt und die Aussage war von Volker Struth, dem Berater von Julian Nagelsmann, dass Nagelsmann in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen wird, ob er denn nun beim DFB verlängert oder ob er vielleicht doch wieder zu Bayern zurückgehen könnte. Wobei, so klar ist die Entscheidung an sich, also natürlich, er muss sich zwischen Deutschland und Bayern entscheiden und wenn er sich für Deutschland entscheidet, dann würde er dort einen neuen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Wenn er sich für Bayern entscheiden würde, dann muss ja erst noch dieser Schritt Aufsichtsrat gemacht werden. Also ich glaube nicht, dass der Aufsichtsrat den Vorschlag von Ebel und Freund ablehnen wird, aber es ist jetzt nicht so, wenn Nagelsmann sich entscheidet, dass er dann in der nächsten Stunde Bayern-Trainer ist. Ja, also Julian Nagelsmann wird nicht allein entscheiden, ob er Bayern-Trainer wird. Also so viel Hausmacht hat er dann doch nicht. Allerdings, er könnte sich committeln, dass er Bayern-Trainer werden will und dann wäre die Entscheidungsfindung natürlich schneller und einfacher, als man sich das erdenken könnte, weil man muss schon sagen, Tobi, der hat uns ganz schön beschäftigt, dieser Julian Nagelsmann in dieser Woche. Wir haben viele, viele Geschichten recherchiert und keine davon geschrieben, weil ehrlich gesagt, richtig hart bekommen haben wir die vielen Gerüchte nicht, die aus wirklich allen Ecken kamen. Ja, manchmal ist es ja auch ein bisschen frustrierend, Journalist zu sein. Du jagst den ganzen Tag eine Geschichte hinterher, bekommst es dann von der einen Seite bestätigt, die andere Seite sagt aber, so war es gar nicht und du denkst dir, ja wie jetzt? Und so ging das jetzt einige Zeit lang. Also wir könnten ja vielleicht mal so erzählen, wie es dann war in der Recherche, ohne dass es so entstanden ist. Aber es ging zum Beispiel um ein Geheimtreffen in der Wohnung von oder im Haus von Julian Nagelsmann in Schwabing-Freimann, ist glaube ich der Ortsteil in der letzten Woche. Ja, wo die Bayern-Bosse gewesen sein sollen. Eine Seite hat es nicht dementiert, eine Seite hat es dementiert. Wir sagen jetzt nicht welche, sonst hätte man es ja gleich schreiben können. Aber kurios war, dass wir auf die Geschichte nur gekommen sind, weil vorher schon ein anderes Treffen stattgefunden hat. Und das zwar nicht bei Julian Nagelsmann, sondern ein paar Kilometer weiter runter die Straße und zwar im Bogenhauser Hof. Und auch da hat sich alles sehr, sehr konkret angehört und wir waren nah dran. Ein toller Tipp vom Kollegen, auch vielen Dank nochmal an der Stelle. Aber wir haben es wieder nicht fix bekommen. Nee, wurde wieder nicht bestätigt. Also es ist ja dann manchmal zum Verrückt werden, wenn man so viele Details hat und quasi schon weiß, was auf dem Teller gelegen ist und dann wird es doch wieder dementiert. Ja, Treffen im Bogenhauser Hof soll es gegeben haben, wurde dann doch wieder anders dargestellt. Die neue Darstellung wurde nicht dementiert und doch wieder dementiert. Also es gab definitiv Treffen zwischen den Bayern-Bossen und Julian Nagelsmann. Ich glaube, das können wir festhalten. Ja, und das ist ja das Entscheidende, wann und wo ist dann letztendlich egal. Und vor allem, weil wir gehört haben, dass der Stand dann relativ klar ist. Man muss sich schon ein bisschen ausgetauscht haben, wie die Vorstellungen sind. Das ist ja auch eine Basis. Aber wenn man sagt, man hat sich schon über den Trainerstab unterhalten, man hat sich schon ein bisschen über den Kader unterhalten, man hat gesagt, welche Spieler können wir noch brauchen, welche sollten besser verkauft werden. Und was wir gehört haben, auch über die Vertragsdauer von Julian Nagelsmann, soll schon gesprochen worden sein, drei Jahre, wenn er unterschreibt und wenn ihn die Bayern-Bosse absegnet. Genau, Drei-Jahres-Vertrag. Der letzte Vertrag, fix gesehen, war ja quasi auch ein Drei-Jahres-Vertrag. Also es waren fünf, aber eher so fix auf drei Jahre. Vielleicht hat man dann gelernt und gibt oder gäbe ihm nicht zu lange, aber anhand dessen, dass so viele Details eigentlich schon vorausgeklärt sind, weiß man ja, wie konkret die Gedanken sind. Ja, es sind noch andere Namen im Rennen. Ralf Rangnick, Roberto de Servi sind noch im Rennen, aber Nagelsmann ist die konkreteste Spur. Wenn er natürlich sagt, ich bleibe lieber beim DFB, ich habe jetzt Tolles erreicht schon mal hier und zwar richtig ausgemistet und ich glaube, wir spielen eine super Europameisterschaft und ich möchte dann auch noch eine WM haben und dann bin ich immer noch gerade mal 40 und kann immer noch irgendwo im Klub trainieren, bin jung genug. Das kann natürlich auch passieren und dann würden die Bayern natürlich schon ein bisschen aus der Wäsche schauen. Ja, also ich glaube, den Bayern ist auch sehr daran gelegen, dass jetzt nicht zu konkret was nach außen dringt, weil wenn es nicht klappen sollte mit Nagelsmann, dann heißt es schon auch, natürlich auch von uns, Alonso wollte nicht, Nagelsmann will jetzt auch nicht. Was macht er jetzt? Ist jetzt der nächste Trainer, nur die dritte Wahl? Also nicht ganz einfach und es wird schon genau kommuniziert werden müssen, was dahinter steckt und sehr geschickt kommuniziert werden müssen. Ja, also man spürt aus dem Verein heraus, sie hätten dieses Thema jetzt endlich gerne vom Tisch und Klarheit, ob die Klarheit dann so gut ist, stellen wir mal vor, Nagelsmann sagt zu und dann spielt er eine EM und wir wollen es ja nicht hoffen, aber die EM läuft nicht und man scheidet vielleicht aus früh und dann kommt er zu Bayern. Und Tuchel ist bis dahin Champions-League-Sieger? Das stelle ich mir frei. Wird Tuchel dann Bundestrainer? Alles möglich in diesem Trainerkarussell, aber wir wollen es jetzt nicht zu verrückt spinnen. Also wir haben sehr viele Gerüchte jetzt hier gekocht und das haben wir eigentlich schon wieder bei der Rumors Kitchen oder wie wir hier im Podcast sagen. True or not true, das ist hier die Frage. Ja Tobi, die Meisterschaft von Leverkusen können wir natürlich nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, auch wenn es natürlich viele Bayern-Fans gerne möchten, aber ich habe auch bei Bayern-Fans gehört, viele gönnen Leverkusen sogar die Meisterschaft. Ja, vielleicht nach der langen Zeit mal, dass jemand anders Meister wird, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen wehtut. Also klar, so viele Meisterschaften nacheinander, so richtig Freude von dem Bayern-Fan habe ich jetzt nicht vernommen. Also die Bayern-Fans, die ich kenne und die mir geschrieben haben, die waren schon auch eher geknickt, obwohl es vorhersehbar war. Ein Bayern-Fan hat mir gesagt, am meisten ärgert ihn, dass man nicht so richtig sauer sein kann, weil Alonso und die Mannschaft sehr sympathisch ist und bei Dortmund zum Beispiel letztes Jahr, da war sehr viel Schadenfreude dabei, aber bei der Mannschaft hätte man nicht mal Schadenfreude und das wäre wirklich gemein. Ich glaube, da kann man zustimmen. Also so verdient wie Leverkusen, ich glaube Lothar, Matthäus hat gesagt, das war selten eine Meisterschaft verdienter, als die jetzt von Leverkusen und sehen wahrscheinlich auch die Bayern-Fans genauso. Also Xabi Alonso, der eigene gefühlte Bayern-Spieler, jetzt dort Trainer, wie kann man dem böse sein, dass er dieses Meisterwerk vollbracht hat? Ah, also nochmal Gratulation an Leverkusen an der Stelle und da sind wir auch schon beim ersten Gerücht, weil ein Bayern-Spieler ist ja doch Meister geworden und das ist Josep Stanisic, der hat eigentlich alles richtig gemacht, Tobi. Der hat alles richtig gemacht, dessen Meistersjahre ging weiter. Ich glaube, dreimal ist er bei Bayern Meister geworden, jetzt gewechselt, jetzt das vierte Mal den Folgemeister und da ist er den anderen Bundesliga-Spielern jetzt einiges voraus. Also so schnell würde er nicht eingeholt werden. Ja, und da sind wir beim ersten Gerücht, weil Stanisic, der hatte dir im Interview ja gesagt, er hätte es natürlich gern gesehen, wenn Alonso Bayern-Trainer geworden wäre, weil er hätte den Trainer behalten können. Sein Vertrag ist gültig und er muss im Sommer eigentlich zurückkommen und dieses Gerücht lautet, Stanisic will nicht zurück zum FC Bayern. Ist das true or not true? Das ist grundsätzlich not true. Josep Stanisic, der weiß, dass er zum FC Bayern gehört, dem FC Bayern gehört. Er ist quasi ein Münchner Kindl und natürlich kann er sich die Bayern-Zukunft vorstellen. Er hat jetzt sehr offen gesagt, er ist traurig, dass Xabi Alonso bleibt in Leverkusen, weil er dann nicht nach München geht und dann nicht weiterhin sein Trainer ist. Aber er wehrt sich nicht dagegen, dass er zurückgeht. Wenn das jetzt so wäre wie bei Tuchel, wo man wirklich sagen kann, von dem hat er nichts gehört, der hat ihn mehr oder weniger spüren lassen, ich habe keine Verwendung für dich, dann würde er natürlich lieber weiter in Leverkusen bleiben. Aber er wehrt sich jetzt nicht dagegen, dass er ab Sommer wieder Bayern-Spieler ist. Ja, wir halten fest, Nussmas Raui ist deshalb ein Verkaufskandidat, hat mir sehr gut gefallen jetzt in der Champions League. Das würde seinen Verkaufswert natürlich steigern. Er kam umsonst zum FC Bayern, ablösefrei, also da könnte man richtig schön Gewinn machen. Und genau dieser Mas Raui hat links hinten verteidigt und da kommen wir zu einem Evergreen im True-or-not-True-Ping-Pong, Alphonso Davies. Und das Gerücht lautet, Bayern bot Davies weniger zuletzt beim neuen Angebot als noch im Sommer. Ist das true or not true? Das ist true. Also da muss man natürlich ein bisschen ausholen. Da geht es natürlich um sehr, sehr viele Zahlen. Da geht es um einen Grundbetrag. Es gibt um Zusatzzahlungen. Und um diese Zusatzzahlungen soll es gehen. Denn summa summarum sollte Davies mit dem neuen Vertrag weniger verdient haben können als mit dem alten. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum er jetzt ein bisschen bockig ist bei diesen Gesprächen. Man muss sagen, Tobi, Esgarten-Ultimatum der Bayern-Bosse. Das Ultimatum ist ausgelaufen, aber so ganz vom Tisch ist es nicht. Ja, es war, wenn er, ein sehr softes Ultimatum. Also es ist nach wie vor möglich, dass er verlängern könnte. Ich hatte es vorher schon mal erwähnt, wie sich Davies gefreut hat auf dem Spielfeld, wie er da rumgesprungen ist nach dem Sieg gegen Arsenal in der Kabine. Das war, finde ich, ein ganz gutes Zeichen. Das zeigt, er lebt noch mit dieser Mannschaft. Er fühlt mit und er hat noch nicht mit den Bayern abgeschlossen. Also es werden schwere Gespräche, aber noch ist nicht aller Tage Abend in der Causa, Alfonso Davies. Ja, aber wir haben noch ein Gerücht und das ist wieder vom Leihspieler und zwar, der hat ja verlängert und zwar bei Stuttgart und jetzt wissen wir vielleicht, warum. Denn das Gerücht lautet, Bayern sagte Nübel schon im November 2023 zu, dass er der neue Nachfolger werden soll. Tobi, true or not true? Das ist true. True. Das können wir noch ein bisschen konkretisieren. Also die Gespräche zwischen Nübel, Nübels Seite und dem Bayern, die waren zuletzt sehr intensiv. Auch Torwart-Trainer Michael Rechner hat sich immer wieder gemeldet bei Nübel, hat dessen Entwicklung gelobt und im November des letzten Jahres hat dann Christoph Freund bei Nübel angerufen und hat ihm gesagt, ich sehe dich als unsere Nummer 1 der Zukunft. Du bist der neue Nachfolger. Hat ihm da schon ein sehr gutes Gefühl gegeben und jetzt könnte man ja meinen, weil der Nübel für zwei weitere Jahre ausgeliehen ist, dass der neue auf jeden Fall bis 26 weiterspielt bei den Bayern. Dem ist aber auch noch nicht so, denn diese Laie hat natürlich eine Klausel. So bis April, Mai könnten die Bayern nächste Saison diese Klausel ziehen und dann würde Nübel sofort zurückkehren. Also bei Nübel ist es möglich, schon 2025, 26 könnte er der neue Nachfolger werden. Ja, aber der neue, das ist ja der ewige Neuer. Er ist ja gestern wirklich aus der Mixzone sozusagen geschwebt, muss ich sagen, war wirklich richtig gut drauf, hat unsere Glückwünsche entgegengenommen. Er wird auch immer lockerer und entspannter, also so richtig nach Aufhören schaut mir der noch nie aus. Ja, der war natürlich auch mega happy, weil er mit dem zu Null gegen Arsenal die Nummer 1 in der Champions League Historie wurde. Erst zum 58. Mal hat er seinen Kasten sauber gehalten, damit an Iker Casillas, der spanischen Legende, vorbei, ist da jetzt die 1 und ist inzwischen ja auch ein Kaffee-Röster, hat seine Kaffee-Proben an die ganze Mannschaft verteilt. Also er denkt da auch an die Kollegen und ich mache weiter mit dem Gerücht, das geht um die Offensive und das lautet gut für den FC Bayern, Dortmund kann sich Stuttgarts Chris Führig nicht leisten. True or not true? Das ist true. True. Und das hat unser Kollege Max Wessing recherchiert, das war ein bisschen eine Doppelrecherche, weil wir gehört haben, er ist wirklich schon sehr, sehr nah an einem Jahr zum FC Bayern, muss ein Bayern-Fan sein, schon sehr, sehr lange und Bayern kann sich richtig Hoffnung machen, dass der bei denen unterschreibt. Klausel ist vorhanden, wir haben es schon öfter mal gesagt, bis zu 23,5 Millionen kann er kosten, aber Tobi, dafür müssen auch Spieler verkauft werden. Dafür müssten Spieler verkauft werden, also der Brian Saragossa hat ja so ein bisschen selbst im Interview gesagt, na, er will doch nicht weg und er will sich durchsetzen bei den Bayern. Ich glaube, wenn er der harten Realität da mal ins Auge sehen wird und merkt, das wird schwierig mit einsetzen, könnte sich die Meinung noch ändern. Bei Serge Gnabry, da heißt es immer, ja, und der will doch nicht weg und der will nicht weg. Ich glaube, wenn ein gutes Angebot käme, dann würde man auch mal überlegen und drüber sprechen. Also auch Kingsley Coman, jetzt leider wieder verletzt, kann sich nicht ins Schaufenster stellen, auch der wäre nicht unverkäuflich. Überhaupt glaube ich, nach der Saison gibt es nur sehr, sehr wenige Spieler, weniger als drei, die unverkäuflich wären. Ja, Tobi, und bei Champions League dieses ist wirklich diese Woche im Fokus war, auch die Bayern sich darauf konzentriert haben, nur noch ein Gerücht und dieses Gerücht, das haben auch nicht die Bayern initiiert, sondern das kommt aus Italien und zwar Milan hat bei Theo Hernández wieder ein klares Veto zum Verkauf verlauten lassen und deshalb lautet das Gerücht, Miguel Guterres von Cirona, der wieder verstärkt beobachtet wird von den Bayern als Linksverteidiger. Ist das true or not true? Das ist true. True. Der steht auf den Scouting-Listen, steht auch ziemlich weit oben. Ich glaube, wir hatten das damals ziemlich exklusiv noch berichtet, dass der Guterres als Cirona gerade die Überraschungsmannschaft wurde in Spanien, dass der dem Bayern aufgefallen ist. Also der macht einen guten Job, könnte ein Thema werden und wäre mir immer besser gefällt, wenn ich jetzt das mal sagen darf und Lob an die Dortmunder, der Matzen von Dortmund, der marschiert und der lässt sich nicht unterkriegen und ist echt ein toller Spieler. 39 Millionen Aufstiegsklausel. Ich finde, wenn man es sich leisten könnte und wenn durch Davis so viel reinkäme, dann könnte man auch auf den gehen. Ja, ein Spieler, der auch bei den Bayern auf der Liste unter Beobachtung steht, also wirklich auch noch ein super Kandidat vor der Haustür. Tobi, dann sind wir zwar durch mit dem True and Not True Ping-Pong, aber ein Name, der fiel in unserem Gespräch, das wir die Woche geführt haben und der ist sehr, sehr klangvoll. Tobi, beim Spiel sind wir eigentlich sehr oft auf jemanden angesprochen worden, der gar nicht da war und zwar mit einem Mann, dessen Interview wir am Spieltag veröffentlicht haben. Er hat zum ersten Mal im großen Interview gesprochen und das war Oliver Kahn. Wir haben ihn im Artin-Hotel im 14. Stock zum Gespräch gehabt und der Titan war gut drauf. Der Titan war gut drauf. Wir wurden oft auf das Intue angesprochen und auch auf das Belegfoto von uns beiden, weil wir da gerade sehr herzhaft lachen und der Titan etwas verschmitzt, reinblickt. Also es war ein super Gespräch und du kennst ihn noch länger als ich. Du kennst ihn seit über 20 Jahren, noch länger. Ich kenne ihn jetzt glaube ich seit auch schon 16, 17 Jahren. Der hat einen gewissen Humor, den ihm so nicht zutraut und er hat seine Bayern-Zeit sehr reflektiert, beurteilt und man könnte ja meinen, dass die Bayern dann irgendwie sagen, wie könnt ihr jetzt mit dem Kahn sprechen, der jetzt bei uns im Streit gegangen ist, aber die meisten oder fast alle Repliken waren dann ganz gut wie neutral oder auch wie wertschätzend dem FC Bayern gegenüber er sich jetzt geäußert hat. Ja, aber kein Nachtreten, sehr positiv, hat auch immer ganz klar gesagt, er wird Bayern-Fan bleiben, überhaupt keine Frage und er fiebert mit. Er war auch versöhnlich Uli Hoeneß gegenüber, hat er auch gesagt, er wird ihm ewig dankbar sein, dass er ihn damals 1994 zu Bayern geholt hat und Hoeneß war ja auch der, der ihm die Chance als Vorstand gegeben hat. Am Ende hat es ein bisschen geknirscht, das hat man zwischen den Zeilen ja auch ein bisschen bei Kahn rausgelesen, aber er war jetzt nicht so, dass es nicht gewirkt hat, als wenn man sich irgendwann mal wieder auf dem Kaffee zusammensetzen will. Aber wir haben natürlich auch über den Kader gesprochen, über Sachen, was sie gemacht haben, was sie nicht gemacht haben und einen haben, den fand ich super, dass er das Spiel gemacht hat. Er hat gesagt, dein FC Bayern, der muss groß denken und dein FC Bayern muss auch über Kilian Mbappé nachdenken. Ja, das sind dann natürlich die Momente, also bei allem, was man über seine Trennung und über Hoeneß und so weiter spricht, ist man sehr aufmerksam, aber hat man schon viel im Kopf und wenn er dann von sich aus draufkommt und sagt, ein FC Bayern muss sich auch mit einem Kilian Mbappé beschäftigen und wir haben darüber gesprochen, dann zogst du erstmal zusammen und es ging ja noch weiter, also auch beim anderen Namen wurde es recht konkret. Ja, Erling Haaland, da hat er nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie konkret es wirklich war. Also man muss sagen, wir haben ja immer gedacht, Bayern war chancenlos, aber was der Titan erzählt hat, das war nicht chancenlos, Tobi. Nee, die waren sogar recht nah dran und hatten sich große Hoffnungen gemacht und haben sehr große Bemühungen unternommen, dass Haaland nach München wechselt und ich glaube, am Ende war dann die treibende Kraft vor allem Vater Alfie Haaland. Ja, der hat natürlich in der Vergangenheit mit City selber gespielt und das Geld hat natürlich auch eine Rolle gespielt, da müssen wir nicht drum herum reden, aber der Titan hat es nicht bestätigt, es soll auch ein Geheimtreffen gegeben haben in München, wo Erling Haaland mit am Tisch saß. Also das hätte er sich vorstellen können und das ist auch ein schönes Kompliment für Bayern. Ja, also dass der in München mehrmals, glaube ich, sogar war der Haaland und mit dem Bayern gesprochen hat. Vielleicht sagen jetzt die Bayern, wenn es bringt uns jetzt auch nichts mehr, aber jetzt haben sie Harry Kane und jetzt ist ja auch alles gut. Ja, und über Uli Hoeneß, da reden wir jetzt natürlich auch nochmal kurz und zwar in unserer Lieblingsrubrik Mario Gomez, ein alter Bekannter von uns, Tobi. Wir kennen ihn gut? Wir kennen ihn sehr gut, würde ich sagen. Wir kennen ihn sehr, sehr netter, lustiger Zeitgenosse, war damals in der berühmten Gärtnerplatzgänge, dessen Namen wir kreiert haben. Holger Bartschu war da auch mit dabei, den haben wir im Stadion gesehen. Den haben wir im Stadion gesehen, mit ihm Fachgespräche über Schambeinentzündungen geführt, wie es jetzt Liris Arne hat und der saß durch zwei Reihen vor uns direkt mit bestem Blick aufs Spiel. Ja, aber warum wir bei Gomez auf Uli Hoeneß kommen, das ist der Grund, weil er war auch zu Gast im Podcast Phrasenbär bei Henning Feind und da hat er wirklich aus dem Nähkästchen geplant und eine Anekdote, die hat uns ganz besonders gefallen und die spielen wir jetzt ein. Kriege ich wieder einen Anruf von Uli Hoeneß, ich soll bitte zu ihm kommen, da bin ich auch an Therensee. Genau, er saß dann vor mir und hat dann seine Hand auf den Bauch gelegt und hat dann seinen Bauch gehalten und hat gesagt, sein Bauchgefühl sagt ihm, dass ich nicht gehen darf. Da habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, weil der Van Gaal ist der Trainer, er ist brutal in seiner Ansicht und dann hat er wirklich in einer tiefen Entspanntheit, in einer Ruhe, hat er gesagt, mal in dem Klub entscheidet nicht der Trainer, ob ein Spieler geht oder kommt. Du musst mir nur eins versprechen, du musst Vollgas geben. Tobi, war das jetzt endgültig die Bestätigung der Beweis? In diesem Verein entscheidet nicht der Trainer, wer kommt, es entscheidet auch niemand im Vorstand, sondern es entscheidet tatsächlich der Bauch von Uli Hoeneß. Wahrscheinlich würde Uli Hoeneß jetzt selbst sagen, er hat gemeint, nicht der Trainer, allein noch nicht der Trainer, sondern der ganze Verein oder der Aufsichtsrat, so würde er es dann erklären. Oder der Bauch von Uli Hoeneß. Ja, es war schon eine bemerkenswerte Anekdote von Mario Gomez. Manche mögen sagen, sie haben es immer gewusst, jetzt ist der Beweis dafür erbracht worden, aber ja, Gomez wäre weg gewesen und der Bauch von Uli Hoeneß hat den Bayern da sicher was Gutes getan. Ja, der Bauch von Uli Hoeneß und man muss auch sagen, das ist dann wirklich so nah dran gewesen, der war klar, der war klar mit Liverpool damals Mario Gomez, der Trainer wollte ihn nicht, hat ihm das klar kommuniziert, der Verein hat ihm keine Steine in den Weg gelegt. Mario Gomez und sein Berater durften verhandeln mit Liverpool und eben diese Einigung erzählen und danach, nach diesem Treffen bei Uli Hoeneß-Bauch ist dann Mario Gomez wieder zurückgefahren, muss sein Agenten anrufen, sagt, du, wir müssen wieder Liverpool anrufen, ich darf doch nicht kommen. Genau so war es und die Anekdoten, die er da erzählt hat, der Mario Gomez, nicht nur über Uli Hoeneß, auch über Louis van Gaal. Sollen wir noch eine einspielen? Einen spielen wir noch eine. Erste Sekunde, wo ich ihn das erste Mal im Erblieben gesehen habe, schüttelt die Hand und sagt Hallo und er schüttelt die Hand weiter und lässt nicht mehr los und guckt mir in die Augen. Zehn Sekunden. Dann guckt er mich an und sagt, Hallo, ich bin Louis van Gaal in Holland, begrüßen wir uns mit dem Namen. Musste ich schmunzeln und habe gesagt, ja, ich bin der Mario. Und dann sagt der Mario, wer? bin der Mario Gomez, habe ich gesagt. Und habe dann echt schon so ein bisschen genervt, habe ich so dann die Hand weggezogen und dann ist er weitergegangen. Also Tobi, wenn ich es mir recht überlege, ich glaube Mario hätte sich besser richtig vorgestellt. Und er erzählt ja dann auch noch im Podcast, dass er danach für sich gelernt hat, finde ich ganz gut, für den Mario Gomez. Wenn er sich vorstellt, sagt er jetzt immer dazu, er ist der Mario. Also er geht nicht mehr davon aus, bei keinem Menschen, dass der gegenüber weiß, er kennt ihn sowieso, weil er so prominent ist. Das finde ich eine gute Attitüde für einen fast ehemaligen Weltstar, als Stürmer. Also das ist eine gute Einstellung. Aber glaubst du, er geht auch davon aus, dass jeder weiß, dass er Mario Gomez ist? Ich finde es ihm ja wahrscheinlich dann nicht wichtig. Das gegenüber muss er dann nur wissen, er ist der Mario. Das spricht er dann auch für ihn. Was man Louis van Gaal zugute halten muss, er hat ja darauf Wert gelegt, dass gesiezt wird. Auch seine Kinder siezen ihn. Und vielleicht hätte der Mario dann besser gesagt, ich bin der Gomez und nicht der Mario. Ich bin der Herr Gomez für Sie. Ja, wahrscheinlich hätte er ihm das weniger übel genommen. Also man muss es immer aus zwei Richtungen sehen. So schaut's aus. Tobi, und ein Spieler, der unter Tuchel so ein bisschen das Mario Gomez van Gaal da sein fristet, das ist Thomas Müller. Er hätte sein 150. Spiel in der Champions League machen können, wurde ihm verwehrt. Tuchel, der hat gesagt, okay, jetzt haben wir noch zwei, dann kriegt er das 150. Und man muss sagen, wer nicht spielt, der spricht auch nicht in der Mixzone. Aber Thomas Müller, der gar nicht spricht, auch schwer vorstellt. Ja, wobei diese goldene Regel gilt nicht für Thomas Müller, muss ich sagen, weil in London, wo ich ja hin durfte, wo du nicht warst, da hat er nicht gespielt und hat trotzdem gesprochen, also weil er sich auch über diese Schiedsrichterentscheidung sehr beschwert hat. und jetzt hat er wieder nicht gespielt. Aber ganz ohne einen Satz wollte er das Stadion nicht verlassen und den Satz lasse ich jetzt dir. Nein, den kann ich nicht sagen, weil er war an mich gerichtet. Ich saß, ich saß nicht, ich stand natürlich am Gittern, habe so ein bisschen die Spieler verfolgt, was sie so machen. Ich habe Thomas jetzt nicht angesprochen, weil er dachte, ja, wenn er nicht gespielt hat, dann lasse ich ihn in Ruhe. Und er lacht, sieht mich da stehen und schreit durch die Mixzone. Und schreit, hey, Bayern Insider, was, jetzt sagst du nichts mehr? Oder wie hat er gesagt? Ja, ich habe doch glücklich gewirkt. Habe ich nicht glücklich gewirkt, Tobi? Ja, ich glaube, er weiß, dass du auch ein großes Bayern-Herz hast. Aber er hat dich selbst sehr gefreut. Und wenn er in der Traube Journalisten uns oder in dem Fall dich sieht, dann pickt er sich auch den Bayern Insider raus und macht daraus keine Hehl. Also ein bisschen Werbung gemacht in der Mixzone für den Bayern Insider Podcast. Danke, Thomas, an dieser Stelle. Tobi, danke, dass du da warst. Gerne und bis nächste Woche. Ja, der FC Bayern im Champions-League-Fieber. Die Bundesliga, die wabbert eigentlich nur so ein bisschen mit. Alle schauen auf die Halbfinals, aber dennoch in der Bundesliga muss auch gespielt werden und naja, der Champions-League-Platz muss ja auch noch eingespielt werden. Also theoretisch ist ja da nach hinten noch einiges möglich und da müssen die Bayern jetzt zu Union Berlin. Und Union Berlin gegen Bayern ist tatsächlich das Topspiel am Wochenende. Um 18.30 Uhr geht es an die alte Försterei und wie es da so ausschaut für die Bayern, da rufen wir jetzt unseren Gegner-Insider Paul Gorgas an. Servus, Paul, und willkommen zurück im Gegner-Insider. Hi, Falki. Viele Grüße aus Berlin. Na, du kommst gerade von der Pressekonferenz und hast du irgendwelche heißen News für uns mitgebracht? Na, zumindest gibt sich Union und auch Cheftrainer Nina Bielica durchaus selbstbewusst. Sie wollen auf jeden Fall was mitnehmen gegen die Bayern und es ist ja auch klar, Union braucht gerade jeden Punkt, denn die stecken wieder mittendrin im Abstiegskampf, haben Vorsprung auf den Relegationsrang eingebüßt. Die brauchen die Zähler und rechnen sich deswegen auch was gegen die Bayern aus. Also nicht ganz so locker können sie die Bayern angehen lassen. Stuttgart sitzen in den Nacken, sie sind punktgleich und ich glaube, Zweiter ist schon sehr, sehr hart, aber Dritter, das wäre richtig bitter für die Bayern. Und da muss man sagen, haben die irgendwie ein Konzept gefunden, glaubst du? Wird wieder Leroy Sané abgewatscht, der wahrscheinlich eh nicht spielt oder haben sie einen Spieler, der den Unterschied machen kann? Also ich glaube, sie wollen sich diesmal wirklich aufs Sportliche konzentrieren, nicht für andere Schlagzeilen abseits des Platzes sorgen. Waren aber schöne Schlagzeilen für uns. Ich meine, was heißt schön, aber es war auf jeden Fall viel zu berichten. Absolut, absolut. Das war das Thema. Du sagst, dass wahrscheinlich kommt es nicht zum Wiedersehen. Wenn es zum Wiedersehen kommt, dann ist Njerd Bielica bereit, hat gesagt, dass es auf dem Platz passiert, das bleibt auch auf dem Platz. Also hat für sich damit abgeschlossen und versucht jetzt eben ein sportliches Mittel gegen die Bayern zu finden. Hoffnung macht sicherlich, dass Robin Gosens nach seiner Gelbsperre wieder zurück ist. Der kann mithelfen, das ist nämlich auch der torgefälligste Unioner als Linksverteidiger. Das sagt schon viel über Unions Angriff in dieser Saison aus. Aber er will mithelfen, dass es irgendwie zu einem Punkt oder vielleicht sogar zu einer großen Überraschung gegen die Bayern reicht. Wie ist denn die Stimmung momentan bei Union? Ich meine, zwischendrin hat man aber schon wirklich gedacht, der neue Trainer ist ein Fehlgriff. Fängt sich der jetzt oder wackelt er auch noch bedenklich? Na, es ist auf jeden Fall nochmal spannend geworden. Das muss man schon sagen. Also Union hatte sich eigentlich unter Bielica jetzt nicht mit schön Offensivfußball, aber zumindest mit Ergebnisfußball einen Platz im Mittelfeld gesichert, ist jetzt wieder reingerutscht nach mehreren Sieglosspielen in den letzten Wochen. Also für Bielica geht es auch um seine Zukunft und jetzt natürlich erstmal um den Klassenerhalt. Also es ist doch alles etwas wackeliger, als man gehofft hatte und die Stimmung ist angespannter geworden. Das merkt man schon. Auch Bielica hat jetzt Abstiegsalarm geschlagen zuletzt. Also da merkt man, es wird nochmal heiß jetzt in den letzten Wochen. Ja, die Eisernen also unter Spannung. Die Bayern vielleicht ein bisschen entspannen nach dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale. Umso interessanter wird es natürlich, was du jetzt tippst. Ich glaube, am Ende werden sich die Bayern, selbst wenn sie mit dem zweiten Anzug kommen, immer noch durchsetzen können. Unionsgroßes Manko, das ist die Offensive. Deswegen glaube ich nicht daran, dass sie auch im Heimspiel ein Tor schießen können und sage 0 zu 2 aus Unionsicht, 2 zu 0 für Bayern. Paul, du bist wieder eingeladen im nächsten Jahr, falls ihr die Klasse haltet, weil dieses Ergebnis unterschreiben wir. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ja, und das war es auch schon fast wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht und ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Aber vielleicht hast du es vermisst und das ist eine Rubrik, die ich nach solchen Spielen besonders sehr, sehr liebe und das sind die Pressestimmen. Und die Pressestimmen, die machen am meisten Spaß, wenn Bayern gerade einen Gegner aus der Champions League geworfen hat. Und deshalb fangen wir auch an mit den Engländern, weil die Daily Mail schreibt, Arsenal lernt in der Champions League eine herzzerreißende Lektion von, und jetzt passt auf, den Königen Europas. Ja, und The Guardian, die sind eigentlich auch nicht viel weniger lobreich auf den FC Bayern und zwar, vielleicht wurden die Nachrufe auf eine angeschlagene Supermacht zu schnell geschrieben. Klingt richtig gut. Interessant ist natürlich, was die Kollegen aus Spanien, also vom nächsten Gegner schreiben, die sogenannten, ich würde es übersetzen, Periodistas. Und da fangen wir an mit der Ass und die schreiben, Bayern stirbt nie. Mit Ausrufezeichen, ein Tor von Kimmich reicht, um Arsenal auszuschalten. Die Marker, Bayern kommt immer zurück. Kimmich lässt die Bayern wieder auferstehen. Und die Mundo Deputivo am Schluss, das Wettkampfgehen der Bayern beendet den Traum des Arsenal-Neulings. Und da war es wieder, das Bayern-Gehen, das Sieger-Gehen und wenn du das hast, vergiss niemals. Ein bisserl was geht auch dann mit dem Champions-League-Finale. Immer. Bayern-Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern-Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern. Falki und dazu ein bisschen in der